...ein Knutchen und der Fummel Französisch gebraucht hätten. Oder habt ihr schon erlebt, dass irgendjemand die Zunge aus dem Hals derlei wunderschönen Nadine rausgesattelt hat, nur um zu sagen, oh, regarde, un vauture. Und sie hat geantwortet, non, chérie, c'est un vauture. Dem Leben hat, dem Leben hat, dem hat man viel gelandet, viel gelandet, viel gelandet, viel gelandet. Man hat zum Beispiel gelernt, dass man sich von Französischem Rotwein genauso die Kassen wegsprengen kann wie mit Deutsch und mir. Und dass es aber total cool ist, Gitanen Meistern über die Lunge zu rauchen, dass es aber total uncool ist, selbst wenn er danach 24 Stunden mit Flotter-Rotto auf so einem Französisch-Verstinklung verbringen muss. Ja, ihr erinnert euch, meine ich, ja? Also, ein Vorjahr hatte das Ganze, man konnte ja endlich mal in der Französisch-Gastschule mit seiner Deutschkenntnisse glänzen. Und da haben wir das nämlich nie geklappt. Ja, was ist, was willst du? Hör mal, ich bin auf der Bühne, ich habe Fernsehaufzeichnung. In Aschaffenburg. Ja, das gibt's wirklich. Was ist, was willst du? Ich muss schaffen. Was? Wo in Lyon, Che-Pierre ist. Hör mal, was soll ich denn das wissen? Ey, natürlich war ich auch mal in der Jahre, das 30er her, da ist der Pierre noch mit der Trommel und der Christbaum gelangt. Ey, da fragte mal jemanden auf der Straße. Da kann man nicht von selbst hochkommen können. Da kann man nicht von selbst hochkommen können. Was? Wieso klappt das denn? Ey, natürlich spreche ich nicht kein Deutsch. Denn dann bist du auch in Frankreich, dass du die Sprache lernst. Hör mal zu, ich muss dir jetzt Schluss machen. Zieh zu, wie du klar kommst. Ja, tschüss, ich dich auch. Ja, ja, du mich auch. Ja.